Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 7. Beim letzten Mal haben wir im Aufzug gekämpft und jetzt kämpfen wir gegen Rufus Shinra. Kaum einen kann ich noch nehmen. Seinen dämlichen Köter haben wir auch schon ausgeknipst. Heilung auf mich. Na, ich wollte mich erstmal heilen, bevor ich riskiere, dass, ich weiß nicht, gleich der Hubschrauber unterkommt. Und mich vielleicht wegmäht und ich dann die ganze Scheiße nochmal machen darf. Ha, das wär's für heute. Nöt. Okay, dann heißt es gehen. Mal kurz mal Samuna einstecken. Cloud ist genauso stark wie Sephiroth. Cloud könnte mal Samuna genauso einstecken. Na, ist sicher. Durch 들어가� CC. Damit würde mir ihr nicht prob cholesterol gehen. Video habe。 ən. di Thermal. autier. Ich selber lösen. Dec du ich? Pass das alles runterную. whirl wir Öffn channel. ok da werde ich jetzt mal kurz pausierenden trainer anmachen weil ich mache den kampf mit ruf ist nicht normal weil das überlebe ich jetzt nicht die greifen wir alle noch mal an ich ja so viel kurz so ich probiere es jetzt mal weiter ich habe einen trainer gefunden ja ohne mist ja bei denen müsst gut Den Mist tue ich mir nicht an. Ich hoffe, dass ich das mit den MP dann gibt. Hätte ich jetzt vorher gespeichert, dann wäre es für mich kein Problem gewesen, aber so, ich mache das mit dem Bosskampf nicht noch mal. Dann guckt euch mal den Schaden an. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen und wenn nicht, dann ist es halt so. Ich muss noch aufpassen, dass ich keine andere Taste drücke, weil ich will nicht großartig cheaten im Spiel. Ich will nur den Kampf hier durchmachen, damit ich dann... Ähm... Na, damit ich dann speichern kann. Dann kann alles wieder wie gewohnt laufen, dann mache ich den Trainer direkt wieder aus, aber... Das ist halt nur Bullshit. Das ist jetzt halt ein wenig weniger spannend, als es vielleicht sein könnte. Und jetzt... Also bis ich zum Speicherpunkt gehe, lasse ich den Trainer natürlich noch an. Einfach deswegen, dass ich den nicht extra wieder aus dem Download-Ordner suchen muss. Ja, ich habe mir gerade erstmal auch einen suchen müssen. Dadurch, dass es Remake Integrate gibt. Natürlich liegt der im Weg. Dadurch, dass es Remake Integrate gibt. Findest du für Final Fantasy 1 ganz schlecht was. Äh, 1, 2, 5, 4, 7. So. Äh. Hier im Menü. Wie geht das Ding erstmal aus? Okay, MP haben sie auch zurückgesetzt, das ist gut. Okay, ähm, ja. Das kann ich übrigens mal zumachen, das Fenster. Zack. Wo ist Rufus? Er ist entkommen. Könnte er geheißen. Das wird dir gleich witzig. Ich gehe voran. Scheiße, umzingelt, wie? Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen. Aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Leute, bitte verschwindet. Leute, bitte verschwindet, solange es noch geht. Sie sind nicht hinter dir, Herr, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hier hineingeraten. Jetzt ist es an mir, auf dich aufzupassen. Okay, Schluss mit dem Affenzirkus, ihr Spinner. Danke, Mr. Barrett. Was heißt hier, Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Also. Wenn die Unterhaltung jetzt beendet ist, dürfte ich vorschlagen, zu überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Oh, ja, natürlich. Du bist ja ekelte in Person, genau wie jemand anderes hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Aber nein. Also, was machen wir? Barrett! Tiefer, wo ist Cloud? Alle, hierher! Hä? Was ist los? Wo ist Cloud? Der kommt noch. Los, schnell, macht schon. Los, schnell, macht schon. Steuere das Motorrad mit dem Pfeiltasten und rette deine von dem Lastwagen vollständig Verfolgungsdruck ok ist rechts angreifen scheiße ja genau vor allem die drängen mich selber ab Ach niemand hat das Motorrad Rennspiel vermisst Zack Ich bin gar nicht mal schlecht finde ich x2 x2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit Geduld und Verstand Und dass den Gegner nicht zu Wort kommen Der Doppelbrenner ist gerade gar nicht mal schlecht, weil dann kann Cloud einen Kreuzschlag machen Ends! Was machen wir jetzt? Und das wird den Planeten retten? Wahrscheinlich Ich gehe mit Ich auch, ich muss noch einiges erfahren Über das alte Volk Über viele Dinge Das war's dann wohl, Midgar Ich gehe in meine Heimatstadt zurück Bis dann folge ich euch Das ist wohl der Beginn unserer Reise Magst du reisen nicht? Magst du reisen nicht? Magst du reisen nicht? Ich weiß nicht Aber ich kann sonst nirgends hin Deshalb ist es wohl egal, ob ich keine Reise oder nicht Weißt du was? Das ist das erste Mal, dass ich Midgar verlasse Ein bisschen Nein, große Angst Aber ich habe ja meinen Leibwächter Wir haben Eris Mutter gesagt, sie soll einen ruhigen Ort suchen Marlene, wird's auch gut gehen Sie sagte, sie wollte nicht mehr in Midgar bleiben Vielleicht ist das auch das Beste Also Gehen wir Wir brauchen einen Anführer Das kann natürlich nur ich sein Meinst du? Klar soll es tun Was? Okay Lauf nach Nordosten zu einer Stadt namens Kalm Cloud Wenn etwas passiert, treffen wir uns dort Außerdem können wir nicht zu fünft durch die Felder spazieren Zu gefährlich Teil uns in zwei Gruppen auf Nee So Bisschen Kalm Bis Kalm also Kalm, Panik Sprechen auf der Weltkarte Da kann ich jeder Zeit speichern Jetzt erstmal raus aus Scheiß Midgar Boah, ist das düster hier Jetzt wollte ich sagen, muss ich nochmal kurz pausieren Weil es da eine Sache gibt, die ich noch nachlesen musste Ähm 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 Okay Gut Ach Ich hab ja wieder keine Materia Ich hab wieder meine Maus im Bild Ich hab ja wieder Oh, aber dafür gab es wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Oh, scheiß Materie, ey, hier. Ach, stimmt, Aerith hat ja... Hallo. Kann ich Materie eigentlich... Ups. Wollte Materie auch sortieren. Zählen hier vielleicht Materie drunter? Nö. Äh, nach Nordosten in die Stadt Kall. Alles klar. Muss, ob ihr erstmal wieder in den Vordergrund holen wollt. Oh, ja gut, nach dem Kampf hier ist dann sowieso Schluss. Getunter Auslöscher. Schwach gegenüber Gebitter. Ja, komm, den knüppeln wir jetzt so weg. Badabababam, bam, 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 bam. Gut, das soll es dann wieder für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tata. ancer-tein. Ich bedanke mich einfach. Ich bedanke mich. morph, weiter auf. Scheiße. Ich bedanke mich, mal lease auf. Ich bedanke mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017